Warum muss da immer nachgefragt werden? Ja, wie warum? Weil du dich merkwürdig benimmst. Ich mein, je nach... Merkwürdig? Was ist denn das für ein Scheiß? Was ist denn dein Problem? Du laberst die ganze Zeit nur von dir. Hörst gar nicht zu, was andere sagen oder wie es ihnen geht. Weißt du was? Du hast ein Problem. Bist auf einmal ganz anders drauf. Du hast es immer noch nicht verstanden. Nein, du hast es nicht verstanden. Du tust mir leid. Hatt ich deinen Mann für eine Jüngere verlassen oder was? Du warst eine Wette. Du kleine Wüchser. Sag mal, wovon redest du? Ich meine, ich bin verrückt danach. Das ist gut. Was? Richtig gut. Nein, ach. Nein, du verstehst das nicht. Doch, doch. Du bist gut. Du bist fantastisch. Nein, bin ich nicht. Doch, bist du. Ich bin beeindruckt. Ich bin normalerweise nicht so. Tut mir leid. Doch, doch. Bist du. Ich kann ziemlich lustig sein, wenn du willst. Sag mir, was ich sein soll und ich bin es für dich. Du bist dumm. Sag mir, was du bist dumm. Sag mir, was du bist dumm. Sag mir, was du bist dumm.